Ja, und schon wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge World of Warships. Ja, mit mir bin Hoshi und weil es beim letzten Mal so lustig war, ja, heute mal wieder mit der Königsberg. Ich muss unbedingt da mit den Kapitänspunkten vorankommen, das ist ja... Ja, und auch wieder ein bisschen im Sturm, das ist also... So, wir wollen einfach mal gucken, ob vielleicht mein heutiges Ergebnis ein bisschen besser ist als gestern. Als letzte Woche. Wie komme ich auf gestern? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich nachher links runter. Zu A. Und was natürlich das Tolle ist, ähm... Tja. Mein Aufnahmeprogramm verabschiedet sich hier während der Aufnahme, kurioserweise. Normalerweise wird mir ja mal angezeigt, ja, wie lange hat es gedauert, bla 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 und so weiter und so weiter. Ich meine, wer sich mit X-Splid auskennt, äh, der weiß, wie es läuft. Ähm... Ja, irgendwie, ähm, ja, der zeigt mir nichts mehr an. Das ist sehr, sehr unfair, muss ich sagen. Weiß der Geier, woran das schon wieder liegt. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, aber, äh, ich werde es mal nicht sagen. Heidewitzka. Heidewitzka. Ich kann es noch mal machen. Äh, ach nee, geil. Ich kann es noch mal machen, äh, ich kann es noch mal machen. Ich könnte es dann so wieder löst. Uäääh! Uups! Dem netten Schlachtschiff, was da oben ist, will ich mal ein bisschen ausweichen. Dreht der auch noch weg, ey. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Nix getroffen, Schnaps gesoffen, naja. So, aber wenn ich hinter der Insel hervorkomme, dann wird es lustig. Mal gucken, kriege ich hier noch? Ne, kriege ich nicht mehr, okay. Ich wollte sagen, vielleicht kriege ich hier nochmal einen Bonus für Miteroberung, aber nein. Da komme ich wieder vier Sekunden zu spät. Ganz toll. Ja, genau. Oh, drei haben es geschafft. ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe im Moment ein tierisches Spinnenproblem bei mir. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, Mann, Entschuldigung. Jetzt bin ich hier gerade irgendwie schön ans Mikro rangekommen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen blödsinnig, was ich hier jetzt gerade veranstalte, aber... Juhu, der trifft wenigstens. Juhu, der trifft wenigstens. Jetzt werde ich auch noch beschissen. Ja. 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 Ah komm komm Gegnerischen Kreuzer entdeckt Mann Ja genau Mann Was mach ich denn hier ey Das Schlimme ist hier schwimmt irgendwo noch ein Flugzeugträger rum Ich tippe mal die haben sich alle nach C verzogen Da werde ich mal auch so in die Richtung langsam schippern Oh das sind sogar noch 3 Schüppchen Ja das sind die 3 Dann fehlt nur noch Der Flugzeugträger Der ist irgendwo da unten Äh da oben Mein Gott Ey 83 Zieltreffer Ha da ist er doch Da irgendwo in der Ecke ist er Ja 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 der kommt schon der versucht jetzt zur Tarnung da oben hin abzuhauen aber ich bin der Meinung der kommt von hier was zum welche sau hatte da oben geschossen Problem gelöst Tarn sich jetzt auch noch da da ist er okay ich habe mich ein bisschen vergetan vertan BOOM! 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 JA! BOOM! Der führt aber noch seinen letzten Befehl hier aus. Na, oder doch nicht? Er hat noch nicht geschafft irgendwo anzuklicken. Doch hat er. Naja. So, erobern wir mal mit dem Bereich C. Dann habe ich das Ding auch noch auf meiner Liste. So. So. Na komm schon. Lass mich den Bereich C erobern. Und. Jawohl. Yeah! Naja. Wirksames Schießen abgeschlossen. Und auf geht's. Warte. Okay. Okay. Ja. Immerhin 1076 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Naja. Gut. Ja, also. Würde ich einfach mal sagen. Das war's schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche wirklich mal mit einem, ja, anderen Schiffchen als die Königsberg. Und. Ja. Ich wünsch euch noch viel Spaß. Und ja. Bis denn. Euer Ben Orsi. Tschau tschau.